Hallo. 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 Hallo Mike. Samuele. Du bist bei den Piraten? Nee, du bist bei den... ...Igeln. Bei den Igeln? Wie alt bist du denn? Fünf. Wie alt bist du? Fünf. Und du bist bei den Fingern. Und welche Gruppe ist cooler? Fingern. Igel. Wir brauchen deine Hilfe. Wir müssen einen neuen, hammer, coolen Film machen. Den Film, den wir machen müssen, der muss richtig lustig sein, nennst du? Gehst du in den Kindergarten? Ja. Ja. Und gibt's da jemanden, der böse ist? Ja, Nils. Nils? Das klingt auch schon so böse. So, im Detail des Films. Da müssen wir mal die Schaufel ins Gesicht. Die Schaufel ins Gesicht? Nicht gezogen? Was ist das denn für eine? Hat der jemand schon mal die Schippe weggenommen? Ja. Wer hat dir die Schippe weggenommen? Der Max. Der Max? Und wie hast du reagiert? Ich hab den Max Kaur geschlagen. In welcher Gruppe ist der denn? In der Storchen. In der Storchengruppe? Das sind aber auch die Assis, ne? Wie heißt denn die Erzählerin, die da nicht aufgepasst hat? Zagladner. Zagladner heißt die. Wenn es einen Bösen gibt in einem Film, hat der irgendein Spruch, den er immer sagt? Nein, der klaut immer was Geld. Und noch Computer. Also böse klauen immer Geld und Computer? Wie sieht denn so ein klassischer Böselicht aus? Wie der Joker. Wie der Joker? Mit Namen. Den Nils müssen wir ja casten. Wir brauchen ja jemanden, der seine Rolle dann spielt in dem Film. Wäre das? Jemanden, der den Nils widerspielt? Nee. Oh, das wird auch schon Svetlana, oder? Nee, eher in die Richtung von Heike. Das ist Heike? Kann ich diese Heike mal kennenlernen? Also die sieht wahrscheinlich, das ist Svetlana, oder? Nee. Ach, schade. Das sieht auch Heike ähnlich aus. Heike scheint ein echter Schuss zu sein, wenn ich ehrlich bin. Wie alt ist Heike? Vierundzwanzig. Kannst du mir mal vorstellen, das ist mein Buddy Luke. Wir kennen uns vom Fernsehen. Die Stars. Ja. Bist du mein Wingman? Ja. Ich bin dein Wingman. Wie teuer ist vom Film ungefähr, damit ich in Etra weiß, wie viel du investieren musst? 20. 20 Euro. Mehr, ne? Ja. Mehr schon so 40, 50 Euro. Und wenn es ein geiler Film ist, wo Autos fast einen Unfall gemacht haben. Wo Autos fast einen Unfall, das ist immer cool, oder? Ist das wichtig, dass in einem Film Autos fast einen Unfall haben? Ja. Schon, ne? Hast du so einen Spruch, wo alle sagen, ey, das ist, das ist typisch Mike? Ja. Was ist denn dein Spruch? So irgendwas mit Ungefährt. Wenn du eine Superkraft hättest, Robert, was für eine Superkraft hättest du? Ja, richtig. Was hättest du denn gerne? Wärst du gerne richtig stark? Oder hättest du gerne die Fähigkeit, dich zu konzentrieren? Nein. Soll der Superheld ein Junge oder ein Mädchen sein? Junge. Ein Junge. Was ist der denn am liebsten? Der isst immer Genüse. Der macht immer Sport. Der macht immer Sport? Was denn für Sport? Der macht das so. Muss man? Ja. Und was für eine Superkraft hat der? Der hat so eine große Hand, kann der machen. Dann kann der noch so aus dem Knie kommen dann so Käsescheiben raus. Der muss den Helikopter haben. Der muss den Helikopter haben? Der muss raus springen. Aus dem Helikopter. Du sagst natürlich jetzt schon den signifikanten Satz, irgendwas mit Nils fährt. Jetzt muss der, äh, der Nils braucht noch irgendeinen bösen Satz. Er sagt, irgendwas mit Nashorn. Also den Nils würden sich so in die Kamera drehen und sagen, irgendwas mit Nashorn. Ja. Und dann sagst du, mhm, irgendwas mit Nils fährt. Nashorn ist zwar stärker, aber... Also hilfst du mir jetzt, einen Film zu machen? Nein. Warum denn? Wenn ich das nicht will. Gibt's eine schöne Frau im Kindergarten? Meine Freundin. Du hast eine Freundin? Lea. Hast du dich schon mal geküsst? Nee. Hat der Nils dich schon mal geküsst? Nee. Außer einmal. Ah. Warst du dann sauer? Nö. Hast du so getan, als ob dich das überhaupt nicht interessiert? Ja. Naja. Den Move kenn ich. Aber innerlich zerreißt sein, ne? Bisschen schon. Ja, natürlich. Aber das ist der Moment, wo man sich als Mann einfach fragen muss, guck ich nur zu? Und bin einfach nur Beobachter, wie Nils mit meiner Lea abhaut? Oder werde ich proaktiv und kämpfe dafür, dass ich das bekomme, was ich wirklich will? Nein. Also ich bin jetzt die Lea. Ja. Du bist der Maik. Und du musst jetzt die Lea davon überzeugen, dass du der richtige Kerl für sie bist. Lea? Ja? Möchtest du mein Freund sein? Ich weiß nicht, ob ich das bin. Es gibt ja ja noch den Nils. Lea? Ja? Ich bin besser als der Nils. Weißt du wieso? Warum? Weil der mich sonst vermöbeln würde. Ich weiß nicht.